Habe die Eri! Ähm, jo! Gibt wieder ein wenig was. Weil in der Zwischenzeit, ich mein, W.O.W. hat und es zwar rausgekommen, und es ist ziemlich geil, muss ich sagen. Aber die ersten 2-3 Tage, ja, waren wir ziemlich lange in der Warteschlange, wenn das nur wer einfach gespellbastelt hat. Hat sich eigentlich ganz gut getroffen. Ja, um was geht es heute? Ganz ehrlich zu sein, da muss ich ein bisschen in meiner supertollen Textdatei spicken. Ähm, ja, machen wir doch einfach mal auf. Gehen wir doch einfach mal in unsere supertolle Kolonie-Ansicht. Da ist alles wie beim Alten. Eine Kleinigkeit, die neu ist. Fahren wir doch von oben nach unten an. Buttons im Interface gibt's neue. In der letzten Version war doch Herr Roman noch so ein kreislicher Knopf, der Rangliste gekostet hat. Jetzt habe ich da drei so kleine Knöpfel. Ähm, ja. Ja. Da haben wir draufgelegt. Lotse, welch Wunder. Die Rangliste. Ähm, die ich selbst an sich noch nicht recht vererweitert habe. War aber ein kleiner lästiger Fäller, der zwar nicht noch viel ausschaut, aber der echt lästig war. Und zwar dieser Abstand da hier unten. Da war vorher so ein 10 Meter langer Abstand hier unten. Und keiner weiß, wie der hergekommen ist. Und da habe ich ziemlich lange miteinander wurschteln müssen, bis der weg war. Ähm, ja. War lästig. Aber. Haben wir auch eingebracht. Ähm, und ansonsten haben wir da herum noch zwei andere kleine Knöpfel. Ich habe eh schon so einen Titel hinterlegt, wenn ich drauf bleib. Das sind eine mit Einstellungen. Da passiert einfach noch gar nichts, wenn ich da drauf drücke. Und das da sind Quests. Ähm, ob das da so ein kleines Fragezeichen wird. Ja, es wird übrigens Quests geben. Das war jetzt so eine indirekte Ankündigung. Die werden's noch nicht so ein Alpha geben, so gehen Weihnachten. Weil das einfach, das wird zu krass. Ähm, außerdem ist mir da noch nicht recht viel eingefallen. Außer so Standard-Scheiß-Quests. Und das sollen keine Standard-Scheiß-Quests sein. Und eben die Rangliste. Das sind einmal drei so Knöpfel, die man einfach essenziell im Spiel braucht. Und ich wollte es vermeiden, dass ich da herum noch mehr Text einschreibe. Außer meinen, quasi meinen Spielernamen und einen kleinen Logout-Button rechts herum. Ähm, und das soll ja auch so bleiben nach Möglichkeit. Äh, so weit, so gut. Was haben wir noch gemacht? Was ein bisschen mehr Arbeit war. Und ein bisschen was Besondereres ist. Besondereres, ja genau. Planetenrotation. Bewegung im Cronjob. Das bedeutet, geben wir doch einfach mal in den Karten. Ähm, ja, da lassen wir uns einmal nicht irritieren. Ich bin momentan ein bisschen beschäftigt mit dieser Linienzeichnung. Ähm, deswegen stehen da drinnen eure so Koordinaten. Ähm, ich zeig ja gleich meinem Fehler, warum die das noch nicht vorstellt, dass es fertig ist. Und zwar, wenn ich die verschiebe, fahre die scheiß Linie mit. Und springt dann da runter. Genauso, wenn ich wieder zurückfahre, dann dauert ein bisschen blub. Ja, schaut scheiße aus. Mag ich so nicht haben. Ähm, soll natürlich anständig funktionieren. Aber an was es eigentlich geht. Klicken wir mal da ja. Ins System, wo die Planeten sind. Ähm, ja, das schaut jetzt halt eigentlich fast aus wie das letzte Mal auch. Und das ganze Ding funktioniert leider Gottes noch nicht live. Das heißt, wenn ich währenddessen mir jetzt auf der Seite aufholt, ähm, gibt es zwar im Hintergrund schon eine regelmäßige Abfrage, ob sich diese Planeten bewegt haben oder nicht. Sie werden allerdings leider Gottes noch nicht animiert. Das heißt, von links nach rechts verschoben. Aber wenn ich die Seiten reinlade, wären sie das bereits. Ähm, die Geschwindigkeit, wie schnell der Planeter von links nach rechts fährt, das ist, wenn wir da hergehen, ähm, die Rotationsperiode. Äh, und zwar fährt das Ding jetzt beispielsweise mal unser Erdplanet da in 120 Minuten. Das heißt, quasi in zwei Stunden fährt das Ding einmal von links nach rechts. Schauen wir uns zum Beispiel Alduin an. Dann braucht der schon vier Stunden. Das heißt, langsam aber sicher fährt der Erdplanet da so von links nach rechts und der Lavaplanet so von links nach rechts und sind zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Sekunde immer ein Stückchen anders voneinander entfernt. Zu bestimmten Tageszeiten sind sie einmal weiter beieinander und zu bestimmten Tageszeiten sind sie einmal weiter auseinander. Das heißt, der Weg wird länger und variabel. Das heißt, wenn man einmal von dem einen Planeten zu dem anderen angreifen möchte, muss man sich das vielleicht ein bisschen ausdüfteln, wann man das tut. Ähm, kann eine nette Variable sein, kann auch eine störende Variable sein. Man weiß es noch nicht. Das sehen wir dann letztendlich, wenn ein Spray einmal so einigermaßen läuft, ob das tatsächlich irgendwie was bringt. Und man sich da tatsächlich ein bisschen orientieren muss. Wenn das so aufgeht, wie ich mir das vorstelle, dann lassen wir das so. Finde ich eigentlich so an sich eine ganz nette Idee. Später sind dann natürlich fünf Planeten. Vielleicht sogar auch viel, viel mehr in einem Sonnensystem. Das heißt, mehrere Erdplaneten mit verschiedenen Werten. Das heißt, der eine ist einmal kleiner, einmal größer. Ähm, dafür gibt es auch größere Rohstoffdichte oder wie auch immer. Ähm, soweit, so gut mal da. Merken wir uns einmal so ungefähr, wo diese Planeten waren. Der Planet bewegt sich doch einmal recht schnell. Und da ich sowieso generell immer einmal eine Viertelstunde labere, soll der dann nachher schon ein bisschen von links nach rechts gehen. Ja. Ja, das war zu dem. Ähm, Paddingfehler unten beheben. Ja, das war das, was ich vorher gesagt habe. Und zur Rangliste, da hier unten dieser Fälle, der sehr lästig war. Deswegen habe ich mir den aufgeschrieben und der ist soweit mal behoben. Ja, aber dann kommen eigentlich schon viel interessantere Sachen da hier unten. Und zwar, die XP-Generierung ist eingebaut. Was heißt das? Gehen wir mal wieder einmal zurück. Gehen wir in unser Tech-Zentrum, das ich ja letztes Mal schon ein bisschen vorgestellt habe. Und damals habe ich mir zu Testzwecken da hier oben einfach mal selber 60.000 XP gegeben, damit ich einfach mal ausprobieren kann. So, alles klar, äh, funktioniert die ganze Kacke mit Ausbauen, nächste Stufe und so weiter. Funktioniert das, wenn es tatsächlich fertig wird. Ähm, wenn ich, äh, dann Stufe 6. Titan-Logistik habe, dass dann auch mein Titan-Lager ausgebaut wird und so. Funktioniert auch schon alles. Funktioniert mit jeder einzelnen, äh, Technologie. Habe ich auch letztes Mal schon ein bisschen angekündigt. So. Was aber nicht funktioniert hat, ist, dass ich tatsächlich mir Erfahrung erwirtschaften kann selber. Und da bin ich auf einige Dinge gestoßen, die da wirklich, ja, essentiell sind fürs Spui und fürs Spielverhalten. Wie ich an XP kenne. Ähm, früher. In unserer ganz alten Version. Von vor sieben Jahren. Ja, ziemlich genau sogar sieben Jahren. Mittlerweile werden es dann acht Jahre. War es ja so, dass je weiter, dass man das Technologiezentrum ausgebaut hat, desto höher ist so eine stündliche Generierung geworden. Erst pro Stufe kriege ich keine Ahnung. Ja, Stufe 1 kriege ich 10 Erfahrungen pro Stunde. Stufe 2 dann 20, 30, 40, 50 und so weiter. Und damals sind auch die Stufen bei weitem nicht bis 30 gegangen. Ähm, und damals haben wir das einfach so gemacht. Dafür hat es keine Erfahrung gegeben, ähm, für alles andere. Für alles andere, wo du eigentlich Erfahrung kriegen sollst. So, ich orientiere mich das ein bisschen an dem Skyrim-Konzept. Wer das da eine oder andere, also ziemlich alle, die Computerspielen haben dieses Ding gespielt. Ähm, da levelst du ja auch nicht mit behindert irgendwelche Quests machen, sondern du levelst die in den Bereichen, die du auch tatsächlich machst. Jetzt ist es bei mir natürlich nicht so, dass ich dann extra XP verteilen mag für den Bereich Lager und Logistik. Für den Bereich allgemein, für den Bereich mobiler Rohstoffextraktor. Das heißt nicht, da musst du nicht bestimmte Lageraktivitäten machen, wie ständig da irgendwelche Sachen verteilen oder so, damit du XP generierst. Das ist ja irgendwie gar nicht zu machen, weil dann sitze ich den ganzen Tag einfach bloß da oben, verteile zum Beispiel meine Arbeiter da rein und kriege dafür XP. Äh, pfff, das ist ja totaler Scheiß. Ähm, so an und für sich wäre das eine ganz coole Idee, wenn es für jeden einzelnen Bereich eigene Erfahrungspunkte geben würde. Dass du, ähm, zum Beispiel Krieg führen musst, damit du die Kriegsführungstechnologien ausbauen musst. Aber leider Gottes hat zum Beispiel so ein Rohstoffextraktor und ein Rohstofflager schon gleich erst recht keine Aktivitäten, äh, bei denen ich tatsächlich irgendwas kennen muss oder sonst irgendwie nachdenken muss, ähm, dass ich dafür XP krieg. Ähm, oder speziell dafür XP krieg. Deswegen gibt es bei uns allgemein mal diesen Erfahrungspool, den ich für meine Kolonie verwenden kann. Ähm, dann gilt für jede Kolonie, auch die zweite Kolonie, zumindest vorerst einmal, ähm, dass die alle einen Erfahrungspool nutzen. Das heißt, ähm, ich habe jetzt in meiner ersten Kolonie, sagen wir doch herum, und 181 Erfahrung. Baue ich jetzt irgendwann mal zweite Kolonie, was momentan noch nicht im Spiel implementiert ist, aber irgendwann demnächst sogar kommt und vielleicht mit etwas Glück, ich sogar noch schaffe bis zur Alpha, dass das Spiel kein Ende nimmt und keine Begrenzung hat, wenn ihr da anfängt und ich in der Weihnachtsstresse rein bin. Nutzen die 1XP Pool, das heißt, auch in der zweiten Kolonie sind die XP verfügbar, die 181. Bloß, da muss ich wieder von vorne anfangen, da muss ich meinen Baumeister für die Kolonie wieder erforschen. So ist vorerst einmal der Plan. Der zweite Plan ist, wenn sich das Konzept so nicht ganz aufgeht und nicht so ganz gut anfühlt, wie ich mir das jetzt vorstelle, dann werden diese Technologien nicht auf Stufe 10 ausbaubar, sondern bis auf Stufe 100, meine ich wenig. Oder 200, 300, 400, 500. Natürlich ist jeder Stufenausbau dann nicht ganz so gravierend, dass du gleich 1% kriegst und später dann, wenn du das voll ausbaut hast, auf plus 600% Lagerkapazität hast oder so. Wobei ist es in einem späten, sehr späten Endgame natürlich durchaus möglich und denkbar. Aber das will ich vorher erst einmal nicht. Es ist so, dass du diese Titan-Logistik für die zweite Kuppel momentan erst einmal noch ein zweites Mal ausbauen sollst. Können oder müssen sollst. Warum dann dieser allgemeine XP-Pool? Ganz einfach, weil die so viele Technologien werden, die so teuer werden, dass du davon profitieren sollst, wenn du eine zweite Kolonie hast, dass du quasi die doppelte Möglichkeit hast, XP überhaupt zu generieren. Und wie man die generiert, gibt es jetzt die ersten zwei Schritte, weil mehr einfach noch nicht im Spiel implementiert ist. Zum einen, wenn du aktiv irgendwas tust und Fortschritte feierst in deiner Kolonie. Das heißt, wenn du zum Beispiel hergehst und deine Gebäude ausbaust, wenn die fertig werden, kriegst du dafür Erfahrung an bestimmten Wert. Natürlich, je höher, dass du das ausbaust, desto mehr Erfahrung kriegst. Das ist eine kleine stinknormale, einfache Formel. Die ergibt sich daraus, was das Gebäude im Endeffekt wert ist. Das messe ich entweder aus den Rohstoffen oder am Energieverbrauch und an den Stufen. Und ich gehe dann einfach her und nehme mir die Stufe mal den Energieverbrauch. Das war in dem Fall jetzt auf Stufe 12. 12 mal 4. Dann muss ich selber rechnen. Das sind 48. Äh, ja. Ist richtig. Dann kriege ich 48 Erfahrung, sobald das Gebäude fertig ist. Und dann habe ich noch so einen kleinen Multiplikator eingebaut. Weil 48 ist jetzt echt ein bisschen wenig für ein Gebäude. Ähm, wenn man da so her schaut. Und dann koste ich diese Lagerlogistik schon mal 242. Dann ist so ein kleiner Multiplikator drin, der das mal 1,5 nimmt und so weiter. Und dann mal 2,5. Und je nachdem, wird daher, dass das Gebäude wirklich ist. Das kriegt man dann mit der Zeit auch selber aus, was man jetzt da wirklich Erfahrung hat und so kriegt und so weiter. Ähm, und dann steht mir die Erfahrung zur Verfügung. Ich kann dafür erforschen und kriege quasi für meine Aktivitäten tatsächlich Erfahrung. was sich durchaus realistischer anfühlt, weil ich selber was dafür tun muss. Und ich möchte ja auch die Leute dazu bringen, dass man halt davor sitzt, damit man sich damit beschäftigt, damit man nachdenkt, was baue ich jetzt am Schlauen als nächstes aus. Ähm, was, ja, wir machen es am Geschick dann, damit ich am schnellsten vorwärts kann. Ähm, und das ermögliche ich auch einmal durch das, dass ich mir erst einmal vorstelle, so was bringt mir das meiste, wenn ich jetzt das Gebäude ausbaue und gleichzeitig an Technologien denke. Ganz einfach. Und diese, ähm, wenn ich eine zweite Kolonie habe, kann ich natürlich mehrere Gebäude gleichzeitig ausbauen und generiere so viel mehr Erfahrung, viel, viel mehr Erfahrung, die ich dann natürlich aber auch doppelt ausgeben muss in meine beiden Kolonien und mich so einfach exponentiell immer weiterentwickelt. Und so bleibt das auch. Dann habe ich meine dritte Kolonie, die greifen auf den selben XP-Pult zu und, 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 und. Das ist einmal die allererste grundlegende Sache, wo du Erfahrung generieren kannst. Und das Schöne ist, ähm, du generierst schon Erfahrung, bevor du das Tech-Zentrum überhaupt baust. Das sechst du nur noch nicht. Sondern erst, wenn du das Tech-Zentrum hast. Und wenn du das dann ausgebaut hast, hast du da herum schon einmal ein bisschen Erfahrung, mit der du gleich von Anfang auch einmal ein bisschen was anfangen kannst und nicht einmal mit Null da stehst und du denkst, so, ah, war geil, ich habe jetzt ein Technologie-Zentrum und kann da schon erste Sachen machen, sehr cool. Bauen wir gleich die Titan-Logistik aus, so, ah, scheiße, ich habe keine Erfahrung. Ja, jetzt muss ich wieder, jetzt muss ich quasi dies und dies machen. Ja, so haut das ich. Diesen kleinen Enttäuschungsmoment, den möchte ich damit aushebeln. Ähm, ich glaube, dass das auch ganz gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, je nachdem, wie viele Gebäude du baust und ausbaust, bevor du das Tech-Zentrum errichtest, desto mehr Erfahrung hast du halt einfach. Das ist einmal die erste grundlegende Nummer, wie du XP kriegst in diesem Spiel momentan. Äh, Kleinigkeit, die noch feiert, ähm, ich sehe momentan nur meine Erfahrung, wenn ich mein Tech-Zentrum gebaut habe und da herum bin und diese kleine Anzeige, die werde ich auch noch da herum in den Rohstoffheader mit einbauen und auch diese Anzeigen von Energieverbrauch und das, was mir noch zur Verfügung steht, genauso wie bei der Munition, das wird optisch noch ein bisschen anders angepasst. Ähm, mir gefällt einfach die Darstellung nicht. Weil ich habe momentan noch Leute, die ein bisschen Probleme damit haben, äh, zum sagen so, äh, scheiße, wie viel Energie habe ich jetzt noch? Ich verstehe diesen Verbrauch nicht ganz, weil sie eben dieses, die Lagerkapazität von den Rohstoffen und das, was auf Lager ist, verhält sich ganz anders. Ähm, das kann ja mal weniger werden, mal weniger, äh, mehr werden und mal voll sein, mal nicht voll sein. Äh, je nachdem, was ich gerade ausgebe und gerade gebaut habe und so weiter und so fort. Allerdings merke ich gerade, bauen wir mal da dabei schnell was. Ist immer wieder mal gut, das zum Testen, äh, funktioniert nachher vor. Äh, ja, und da verhält es sich halt einfach so, meine Gebäude, soweit wie ich die momentan habe und meine Technologien verbrauchen 285 Energie und mein Kraftwerk stellt mir 390 zur Verfügung. Äh, ja, es verhält sich einfach anders als beim Lager und deswegen möchte ich es ein bisschen anders darstellen, wie ich das genau mache, kommt dann wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Video irgendwann und bei der Munition ist ähnlich, wobei sich das auch wieder anders verhält, ähm, als die Energie. Aber, da lassen wir schon was einfallen, das kriegen wir schon noch hin und die XP kommen halt da auch noch umher. So, die zweite bereits implementierte Geschichte, wie man XP generiert, ist natürlich durch Kämpfe. Das ist einmal die allererste richtige Aktivität, die, ähm, in, wie soll ich sagen, die ich einmal ausführen kann und die ich regelmäßig durchführen kann. Ich muss mir ständig dann schauen, dass ich Truppen noch produziere, Angriffe statt und so viel ich Truppen vom Gegner zusammen trisch wie ich irgendwie kann. Und, äh, ja, das funktioniert auch schon, das wird auch schon berechnet, da ist auch wieder eine kleine Formel dahinter. Schauen wir uns einfach einmal so einen Bericht an, von meinen Testangriffen, ähm, ja, da bin ich, du wurstest. Haha, ich wurste also! So, so! Äh, ja, ich wurste angegriffen von Lenadl. Ähm, Kampfbericht schaut nach wie vor noch einigermaßen so aus, wie er war. Ah, Kleinigkeit ist in Bezug gekommen, nämlich die Erfahrung. Und zwar, schauen wir uns doch einfach einmal an. Äh, der Angreifer, Rinn in dem Fall, äh, war Lenadl mit der Nadls Überkolonie. Äh, der Verteidiger war ich mit meiner Bürgster Todeskolonie. Ähm, g'sendet hat es mir zwei Marines, die überlebt haben davon null. Stationiert bei mir waren drei Marines, die überlebt haben zwei. So, das bedeutet, ich hab ihr zwei Marines zusammengekaut, somit ihr komplette Armee, wenn man das Armee nennen kann, zusammengekaut und bin der Sieger des Angriffs. Das werde ich auch optisch noch ein bisschen markieren, wer von den zwei Seiten quasi der Gewinner aus dieser Geschichte ist. Ich mein, man kann es sich denken, wenn beim Gegner keine mehr übrig sind, aber so ein kleiner grüner Rahmen oder so ein kleines Sternteil oder irgendwie so, wäre mit Sicherheit ganz nett. Und dann haben wir natürlich da Beutel mäßig, hat der natürlich keine mit nach Hause zu nehmen, ähm, der hat ja auch nix überlebt. Hab auch schon darüber nachgedacht, ob man das dann vielleicht da ausblendet und nur Beutel zeigt, wenn er wirklich was mit heimnimmt und der Sieger ist aus der Geschichte. Verkürzt vielleicht auch die Rechenzeit und, ja. So, aber das ist neu. Erfahrung, Erfahrung. Ich hab jetzt da mal noch das Wort Erfahrung hingeschrieben, weil es einfach kacke ausschaut, ähm, wenn ich da jetzt das XP-Icon hinmache, was nix anders ist wie ein ganz rotes Kreisel mit einem gelben XP drin. Ähm, aber wir sehen mal, ich hab einen. Einen sag ich, ihr zwei Toten zusammengekaut, das soll nicht nix, das heißt, ich bin der Sieger, in dem Fall der Verteidiger. Ich krieg dadurch acht Erfahrungen, wir setzen sich nicht zusammen. Wir nehmen die zwei Marines mal ihren Munitions- und Waffenverbrauch, der eins ist, das heißt, zwei insgesamt. Zwei Munition- und Waffenverbrauch hab ich ihrer quasi zerstört in der ganzen Armee. Und dann kriegt der Sieger einen Erfahrungsbonus von mal vier. Das ist jetzt mal mein erster Richtwert, ich hab mal ein bisschen so ausprobiert, was dann realistische Zahlen so im ersten Moment ausmacht, wenn man so einmal zehn, fünf, zwanzig Einheiten schickt, zusammenhaut vom Gegner und so, das sind momentan noch relativ kleine. Dann kommen da anständige Erfahrungszahlen raus, mit denen man am Anfang auch arbeiten kann, verglichen mit den Kosten, was so die durchschnittlichen, ähm, Technologien einmal kosten. Und momentan ist einfach Erfahrung der einzige Zweck dafür, dass man damit Sachen erforscht. Momentan gibt's halt noch nicht recht viele Technologien, aber wie ich schon versprochen habe, das wären so Fehlwesen und irgendwie Unterkrieg. Ja, äh, wie gesagt, der Sieger aus der Runde kriegt einen Erfahrungsbonus von vier. Und der Gegner bzw. der Verlierer kriegt einen von 1,5. Äh, Schmarritz, Stopp, 2,5. Das heißt, der kriegt ein bisschen weniger Erfahrung an sich fürs Zusammenhauen von Truppen. Er hat mir ja bloß eine zerstört und kriegt dadurch eine Erfahrung mal 2,5 ist 3. Oder? Ja, doch, ist 3. Sollt schon passen. Bin jetzt bescheuert? Nein, passt schon. 1,5 mal 2 ist dann 3. Ihr kriegt 3 Erfahrungen. So, warum ist das so? Ganz, ganz einfach. Wir haben ja Erfahrungen gemacht damals vor 7, 8 Jahren, dass die Leute irgendwann auf die Idee kommen, in eine Truppe durch Erfahrung zum Traden und sich da gegenseitig absprechen. Was hast du Truppen bei dir daheim? Darf ich dir regelmäßig billige Truppen schicken, damit ich meinen Erfahrungspool aufwerten kann. Ähm, bringt aber nur dann wirklich was, wenn du als Sieger aus dem Ding rausgehst. Und damit beide Seiten da ordentlich zahlen dafür und ordentlich Truppen liegen lassen. Meinetwegen kann das nach wie vor, und das wird auch passieren, dass sich die Leute absprechen, sollen sie das weiterhin machen. Ähm, aber es soll ordentlich was kosten. Und derjenige, der da als Sieger hervorgeht, der soll einfach ein bissel mehr kriegen. Weil es ist ja nicht so, dass die Leute nur so machen, dass sie sich gegenseitig auf die Nuss hauen. Sondern es wäre vielleicht schon auch nicht schlecht, wenn ich ihm so auf die Nuss haue, dass es ihm richtig weh tut. Mir gar nicht. Ich hole Erfahrung raus und hole Beute raus. Das ist ja einmal das Hauptding, warum ich eigentlich angreife. Damit ich schneller meine Rohstoffe zu mir schippe, damit ich schneller ausbauen kann, nicht lange warten muss und, und, und. Ähm, und das, diese Aktivität, die ich, da mache, die geht natürlich mit jeder weiteren Kuppel natürlich auch ins Exponentielle um. Hab ich eine zweite Kuppel, kann ich auch viel mehr Angriffe gleichzeitig schicken. Ähm, das ist auch was, was noch kommen wird, ist noch nicht implementiert, dass man pro 5 Stufen in der Kaserne einen Angriff verschicken kann. Das heißt, von Stufe 1 bis 5 kann ich maximal einen Angriff wegschicken. Bis dahin, bis die Truppen wieder zurück sind, kann ich nichts anderes verschicken. Hat auch wieder einen bestimmten Grund. Es gibt Leute, die schreiben da dann nämlich eins ein. Ich kann das ja einmal demonstrieren, äh, was da dann genau passiert. Und machen dann so. Erster Angriff. Moment, da muss ich tatsächlich nochmal eine Zahl einschreiben. Zweiter Angriff. Dritter Angriff. Vierter Angriff. Fünfter Angriff. Sechster. Sechster Angriff. Siebter Angriff. Und so weiter. Und dann haben wir wieder den Effekt, ich schicke einem Gegner lauter einzelne Truppen. Was passiert? Der Gegner haut mir den natürlich zusammen, kriegt aber fett XP dafür. Ohne, dass er wirklich viele Einheiten verliert. Und das möchte ich vermeiden. Ich meine, das könnt ihr dann schon gerne machen. Äh, lauter einzelne Truppen verschicken. Aber ihr könnt das nur einmal gleichzeitig. Und nicht 38G oder 200 gleichzeitig. Oder wie auch immer. Und das nächste, was passieren wird. Ähm, je weiter man eine Kaserne ausbaut. Und das Waffenzentrum und so weiter. Die Kaserne kriegt eine Reichweite. Das heißt, du kannst dann über die ganze Map angreifen. Damit du beispielsweise über die Nacht, wenn du nicht am PC sitzt, deine Truppen 12 Stunden auf den Weg schickst. Und dann die 12 Stunden wieder zurück brauchen. Weil du jetzt mal gerade nicht am PC hinkommst. Dann sind deine Truppen nämlich in Sicherheit so lang. Äh, gut. Mit Pech hat derjenige in 12 Stunden natürlich Truppen da oben und haut es da zusammen. Aber es ist immer noch besser, als wenn du nicht kontrollieren kannst und in der Zwischenzeit Angriffe wirst und das nicht mitkriegst. Will ich damit auch verhindern. Das ist das nächste. Natürlich lassen sich diese Dinge durch Technologien wieder erweitern. Die Reichweite lässt sich erweitern. Vielleicht lässt sich auch die eine oder andere Technologie machen, dass man ein, zwei, drei Angriffe mehrer gleichzeitig fahren kann, als es die Kaserne selbst hergibt. Und so weiter und so fort. Aber die XP-Generierung ist eingebaut. Die Rangliste haben wir. Ähm, die ersten Schritte sind soweit getan. Die nächsten Sachen, an was ich arbeite, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit der Optik. Habe ich langsam einmal angefangen. Gibt es allerdings noch nichts zu sagen, weil ich nicht wirklich angefangen habe zum Zeichnen, sondern einmal nur wirklich auf einem Pfeil Papier, wie ich mir das ungefähr vorstellen könnte. Wie das ausschaut, zeige ich in den nächsten Sachen. Ich mache jetzt auch noch nicht zu viel verraten, weil ich einmal noch nichts zum Fahrzeugen habe und kann nicht weiß, ob das jetzt endlich dann hinhaut. Und was auf alle Fälle als nächsten Schritt kommen wird, ist der mobile Extraktor. Da habe ich momentan noch gar nichts gemacht. Der wird beim nächsten Mal, ich glaube, das wird der nächste große Schritt, der dann funktionieren wird. Ähm, ja, und dann schauen wir weiter. Und so Dinge wie eben die Linienzeichnung, das ist ja auch kein Weltuntergang, wenn der einmal vor Anfang noch nicht funktioniert. Irgendwie kriege ich das dann schon noch hin. Man schaut sehr, das seht ihr selber, die hängt irgendwo umeinander und tut, was sie möchte. Mit dem habe ich leider nicht gerechnet. Und ja, kriegen wir aber auch noch hin. Und ja, dann sage ich soweit, vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank an diejenigen, die sich das wirklich auch immer noch 20 Minuten lang anschauen. Das ist echt cool. Und danke für die Kommentare, das motiviert. Ich hoffe, dass ich einigermaßen etwas Vorzeigbares hinbekomme. Zur Weihnachtswoche ist ja noch ein bisserl hin, so ist es auch nicht. Allerdings zückt mich WOW gerade ein bisserl ab, muss ich sagen. Ähm, fühlt sich wieder so ein bisserl an wie vor zehn Jahren. Ein bisserl, wenn wir mehr Leute warten. Jetzt müssen ja doch alle arbeiten und so. Ähm, jo. Soweit, so gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Ausschauen. Ich freue mich über jeden Like, jeden Share. Verzählt sich das langsam mal sicher mal ein wenig weiter an euren Kumpels, die auch gerne vielleicht was zocken wollen. Oder so gerne zocken. Ähm, wird cool. Und dann wünsche ich euch eine angenehme Nacht. Oder einen angenehmen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Habi deri.